Liebe Schach-Community, vom 1. bis 10. Dezember finden die London Chess Classic statt. Ein Rundenturnier mit 10 starken Großmeistern. Unter anderem sind dabei Gukesh, der 17-jährige indische Großmeister. Eine der großen Hoffnungen. Er kämpft ja um die Qualifikation für das Kandidatenturnier. Ich habe gelesen, wenn er das Turnier gewinnt, dann übernimmt er die Führung im Circuit. Wir haben ja den Circuit 2023 und der Sieger in diesem Circuit, also das beste Ergebnis aus vier Turnieren aus dem Jahr 2023, qualifiziert sich für das Kandidatenturnier. Da gibt es noch ein paar andere Spieler, die da vorne mit dabei sind in dieser Wertung. Und wir haben natürlich noch die Wertung, der beste Spieler, also der Spieler mit der höchsten Elo-Zahl am 01.01.2024 qualifiziert sich auch für das Kandidatenturnier. Da ist Gukesh raus, er hat ja ein bisschen Punkte eingestellt. Ihr seht hier 2720 aktuell seine Elo-Zahl. Und damit ist er natürlich immer noch die Nummer 28 der Welt. Das ist natürlich top mit 17 Jahren. Und er spielt in der ersten Runde gegen Mateusz Bartel, polnischer Großmeister, 39 Jahre alt. Und, ne, 38 Jahre alt und die Nummer 78 der Welt. Wer ist sonst noch dabei? Hans Niemann. Aus Zagreb, direkt rüber geflogen, nach London. Und wir schauen nachher nach dem Video, nach der Partie, auf die Tabelle nach der ersten Runde und wer sonst noch dabei ist. So, wir gehen erstmal rein. Gukesh beginnt hier die Partie. Dafür müssen wir natürlich das Brett aufrufen mit E4. E6, französische Verteidigung, D4, D5, Springer C3, Springer F6, E5. Einer von zwei Hauptzügen hier. Ich empfehle in meinem ersten E4-Kurs hier Läufer G5. Finde ich etwas übersichtlicher. E5 kann man, ist natürlich genauso gut, Springer D7, F4. Weiß baut sich ein schönes Zentrum auf hier. Und Schwarz attackiert dieses Zentrum mit C5. Das ist hier so eine Standardstellung in der französischen Verteidigung. Springer F3, Entwicklung. Läufer E7 wählt jetzt Schwarz. Läufer E3. So, normalerweise spielt Schwarz immer in solchen Stellungen Springer C6, entwickelt den Springer, erhöht den Druck gegen D4. Aber Bartel, ich weiß nicht, ob er das improvisiert hier oder ob er es mal angeschaut hat, spielt kurze Ruchade. Und verzögert hier die Entwicklung des Springers nach C6. Jetzt kann man mit Weiß ganz normal damit E2 spielen. Und, ja, was soll Schwarz machen? Springer C6 wahrscheinlich. Oder B6 vielleicht. Keine Ahnung, was die Idee von Bartel war. Unabhängig davon nimmt Gucke jetzt schon raus. Auf C5. D schlicht C5. Springer C5, Dame D2. So, das Normalste auf der Welt wäre immer noch Springer C6, lange Ruchade. Das wäre Zukunftstellung zur Hauptvariante. Aber Bartel spielt hier Springer BD7. Der Zug gefällt mir aber nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Eingebung am Brett war. Es ist ungewöhnlich, den Springer auf dieses Feld zu entwickeln. Eine Idee, Springer B6, Springer C4. Das war es aber auch schon. Lange Ruchade. Und jetzt Springer B6. Das ist auch schon ein neuer Zug in dieser Stellung. Es gibt hier kaum Partien. A6 ist hier ein paar Mal gespielt worden mit der Idee B5. Und dann Springer B6, Springer C4. Solche Sachen. Er spielt aber sofort Springer B6. Das ist allerdings alles nicht gefährlich. Zumal Springer C4 nicht droht. Wegen Läufer C4. Nimmt und dann hängt am Ende hier der Springer auf C5. Springer C4 ist keine Drohung. Das heißt, Weiß kann sich hier in Ruhe überlegen, wie er seine Entwicklung fortsetzt. Guck, es zog jetzt Läufer schlägt C5 hier. Er gibt den Läufer ab. Es gibt auch Dame F2. Dame F2 ist noch stärker. Und danach den Läufer entwickeln. Das ist extrem stark. Springer D4. Schöne Stellung. Aber gut, Läufer C5. Läufer C5. Läufer D3. Er entwickelt den Läufer. Starker Läufer. Was droht hier, Weiß? Droht das typische Greek Gift. Dieses Opfer hier auf H7. Gefolgt von Springer G5. Wenn wir zum Beispiel mit Schwarz hier so einen Fehler machen, wie Läufer D7. Dann kommt Läufer H7. Zack, Zack. König G8. Dame D3. Und dann droht hier schon matt. Das kann man abwehren mit L5. Dann kommt die Dame nach H3 und droht wieder matt. Und der Angriff ist entscheidend. Ich habe das eingegeben natürlich in die Engine. Und die sagt, Weiß steht hier auf Gewinn. Deswegen spielte hier Bartel auch nicht Läufer D7 oder A6 oder sonst was. Er spielte F5. Er möchte die Diagonale hier blocken. Jetzt nimmt Weiß hier raus. En passant. Dame F6. Greift den F4. Das Normalste auf der Welt wäre jetzt G3, den Bauern decken. Aber Gugge spielt Springer E2. Deck den Bauern so. Und möchte den Springer nach D4 stellen irgendwann. Läufer D7. Entwicklung. König B1. Der König wird besser gestellt hier auf B1. Da wird noch ein Tempo investiert, um den König besser zu stellen. Und das ist eine kritische Stellung hier. An der Bartel. Ja, er dachte gar nicht so lange nach. Was soll man hier spielen? Der Turm auf A8 spielt noch nicht mit. Vielleicht Turm AD8. Das wäre ein vernünftiger Zug. Oder Läufer E8 mit der Idee Läufer H5. Das ist natürlich auch ein Standardmanöver in solchen Stellungen. Ich denke, hier sollte Weiß G3 spielen. Prophylaktisch hier den E4 decken. Nach Läufer H5. Springer E5 spielen. Mit einem tollen Springer hier auf. E5. Und dann aus dieser Fesselung gehen. Wahrscheinlich mit Vorteil. Eventuell können wir dann G4 spielen. Aber Bartel spielte was ganz anderes. Er spielte Läufer D6 hier. Greift den Bauern E4 an. Provoziert G3. Aber G3 ist sowieso ein vernünftiger Zug in der Stellung. Läufer E8. Und jetzt möchte der Läufer hier rüber auf diese Diagonale. Das ist der typische französische Läufer. Der hinter der Bauernkette steht. Durch die Eröffnung selbst. E6 und D5. Und dann will Schwarz diesen Läufer irgendwann ins Spiel bringen. Und hier über E8. Weiß bekommt jetzt aber dieses schöne Feld D4. Weil Schwarz den Läufer nach D6 zurückgezogen hat. Springer E4. Und das sind tolle Springer hier. Läufer G6. Hat Bartel gespielt. Er will die Läufer tauschen. Was ist mit Läufer H5 hier? Dachte ich mir. Hier kommt Turm D1 einfach aus der Fesselung raus. Turm F4 E8 zum Beispiel. Also hier hängt der E6. Natürlich kann man hier den Läufer geben. Aber das ist natürlich eine strategisch schlechte Stellung. Schwarz hat einen rückständigen Bauern auf E6. Den kann man auch. Hier gibt es Springer G5 Ideen. Mit multiplen Angriffen auf die schwachen Bauern hier. Naja, Bartelspittel, Läufer G6. Turm H1 zentralisiert den Turm. Greift E6 an. Der Zug bietet sich an. Ist nichts Besonderes. Turm Ae8 deckt den E6. Läufer schlicht G6. Nimmt hier raus. H schlicht G6. Ja, das war nicht nötig mit dem H-Bounce zu nehmen hier. Den Doppelbounce sich zu verpassen zu lassen. Dame G6 war aber auch nicht viel besser. Dann würde ich erstmal B3 spielen. Springer C4 verhindern. Und der Springer steht sehr schlecht hier. Mit ähnlichem Vorteil, wie in der Partie für weiß. Aber Hg6 hier. Okay. B3 verhindert Springer C4. Sinnvoll. E5. Er will den schlechten Bauern loswerden. Hilft aber letztendlich nicht viel. Nimm, 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 nimm. Wird alles getauscht. Und Schwarz hat hier ordentlich schwache Bauern hier. D5, G6, dieser Doppelbauer. Turm E1 greift die Dame an. Dame F6 geht zurück. A4, sehr starker Zug, gefällt mir sehr. Will hier mit A5 den Springer vertreiben. Und dann Springer B5, ne. A7 attackieren, D5 attackieren. Springer D7, er geht freiwillig zurück. War vielleicht gar nicht notwendig. Was ist mit A6, frage ich mich gerade. Ja, Turm E6, ne. Sieht auch nicht gut aus. Dame F1, König B2. Da muss der Springer sowieso zurück. Und dann denkt der G6, ne. Ja, A6 ging nicht wirklich, ne. Springer D7 freiwillig. Aber jetzt kommt Springer B5 mit Angriff auf A7. Angriff auf D5. Da haben wir die ganzen Schwächen hier. Und Schwarz kann nicht beide Bauern gleichzeitig verteidigen. Er muss einen der beiden Bauern spucken. Er spielt Dame C6, deckt den wichtigeren Bauern. Springer A7, ja klar, warum nicht. Dame C5. Springer B5 zurück. Turm C8 greift hier an. Nur gut, C2 ist gedeckt. Da droht eigentlich gar nichts. Und jetzt kommt ein erstaunlicher Zug, der aufzeigt, wie konkret diese jungen Spieler auch denken. Wie Maschinen und sich nicht zu sehr von allgemeinen Erwägungen leiten lassen. Er spielt B4 hier. Schwächt seinen Königsflügel hier. Seinen Damenflügel. Wo sein König steht. Aber ganz konkret, die Dame wird angegriffen. Und die Dame hat kein günstiges Feld. Ja, man hat C6 und C4. Das läuft aber beides in so eine Gabel rein. Also Dame C4, Springer D6. Und dann muss Schwarz hier die Damen tauschen. Was er nicht will. Und dann kommt der. Oder halt Dame C6, das gleiche Springer A7. Das gleiche in grün. Aber er muss ja irgendwie den Bauern D5 verteidigen. Kann er aber nicht. So richtig. Deswegen zog er jetzt die Dame ganz weit zurück. Dame F8. Und das kostet noch einen Bauern. Dame D5 Schach. König A7. Jetzt senkt er B4. Deswegen Turm E4. Deckt den B4. Greift hier auch über die H-Linie an. Es droht Turm A4 Schachmatt. Dame F1 Schach. König B2. Springer F6. Gabel. Aber Turm A4 Schach. Springer A5. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen mit Weiß. Bloß nicht G4. Das wäre ein Riesenbock. Wegen Dame F6 Schach. Das würde ihn den Turm hier einstellen. Die Qualität letztendlich, weil wir den Springer bekommen. Also, ein bisschen Geduld. Dame D3. Fesselt hier den G6 Bauern. Droht Turm schlicht H5. Fieser Zug. Greift die schwarze Dame an. Natürlich tauscht schwarze Dame nicht. Dame F6 Schach. C3 blockt hier alles ab. König A8 geht aus der Fesselung raus. Springer D6 greift den Turm an. Turm F8. Springer E4 zentralisiert den Springer. Greift die Dame an. Dame E7. Dame D6 würde gerne die Dame tauschen. Dame E8. Schwarz sagt nö. Aber jetzt kommt G4. Jetzt geht G4. Greift den Springer an. Dame E4 geht natürlich nicht wegen Dame schlicht F8. Können wir mal gucken. Zack, zack, zack. Und jetzt hier irgendwie zurückgehen. Den Turm decken und nach dem Springer schlagen. Aus die Maus. Deswegen, was macht er? Turm F1. Verzweiflung. Droht nix. G schlägt H5. G5. Turm G4. Die Zeitnot war überstanden. Zeitkontrolle geschafft. Weiß hat eine Figur mehr. Zwei Bauern mehr. Lockerer Sieg für Gukic zum Auftakt hier beim London Chess Classic gegen Mateusz Bartel. Wir gucken uns mal kurz die Tabelle an. Ich weiß nicht, ob alle Partien gelaufen sind. Es läuft noch eine Partie. Luke McShane gegen Sreyas Royale. Wir gucken auf die Ergebnisse. Gukic gewonnen. Michael Adams hat eine Masterclass gehalten gegen Emma Mintabat dabei. Gegen den iranischen Großmeister. War eine tolle Partie. Hat er gewonnen. Er spielt noch mit Nikita Witt-Jugov. Der russische Großmeister, der jetzt für England spielt. Hat er schon bei der EAM für England gespielt. Er hat Remy gespielt gegen Wolokitin, meine ich. Ja, erste Runde Remy gegen Wolokitin. Und das andere Ergebnis war Gilles Moussard, der französische Großmeister. Remy gegen Hans Mouke. Niemann. Das war eine unaufregende Partie. Schwarz. Niemann mit Schwarz hat Berliner Verteidigung gespielt. Dieses Endspiel. Eins der Endspiele da. Und war ein unaufgeregtes Remy. Gukic, also guter Auftakt bei London Chess Classic. Ich werde das Turnier verfolgen, denn Gukic hat wirklich eine gute Chance. Er muss das Turnier aber gewinnen, nicht geteilt, alleine gewinnen. Und dann übernimmt er angeblich die Führung in dieser Circuit-Wertung. Deswegen allein schon wichtig, immer wieder zu den London Chess Classic zu schauen. Ich hoffe, dass es wieder gefallen hat, etwas gelernt und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video, während ich hier sinnlos rumklicke.